Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und es ist die erste Folge Ihr fragt und Sirius sagt im Jahre 2015 bei Bomben Sonnenschein und daher heute auch mit Sonnenbrille So bevor das hier zu Gehate kommt und so, dass es heißt, ja alle coole Sirius hier muss hier mit Sonnenbrille und so Es ist wirklich so, ich hab das versucht so aufzunehmen, also ich hab die ersten 1 Minute so aufgenommen Und es ist so dermaßen hell hier von der Seite, so über meine Schulter hinweg, dass ich die ganze Zeit nur die Augen zusammengekniffen habe Also hoffe ich, ihr habt da Verständnis für, dass ich heute die Sonnenbrille trage Ich mache zeitgleich eine zweite Aufnahme mit der neuen Cam, die ich mir gekauft habe Das ist eine Canon G7X, da habe ich gestern ein kurzes Video zu gemacht, wo ich mit Freunden inline gescaht bin Und ich wollte zuerst nur die komplette Sendung über diese Kamera aufnehmen und hab mir dann gedacht Na, ich weiß nicht, ob das so richtig funktioniert, hab deshalb nach wie vor die große Kamera da stehen Und jetzt geht es erstmal los mit euren hunderten von Fragen Die erste Frage ist jetzt vermutlich, wo ist der Hund? Ja, der Hund kommt gleich noch, Fluffy ist mit am Start, der ist unten im Garten und so Ich wollte aber nicht, dass er von Beginn an meine Studio-Deko, die ich mühsam in stundenlanger Arbeit hier für euch dekoriert und aufgebaut habe Sofort zerstört und ruiniert Überhaupt ist mein Setup heute noch ein bisschen kleines Programm, weil ich nehme das Schuhe und Tarn auf, wie gesagt Und deshalb benutze ich jetzt auch nur das Handy dafür So, ich fang mal an Wirst du auf der Gamescom 2015 sein? Wenn ja, machst du dann dort auch ein Abo-Treffen Und ja, ich bin auf der Gamescom und ich bin wirklich alle fünf Tage da Das bedeutet, ich bin ab Mittwochs da, den Pressetag und dann auch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag den ganzen Tag Ich werde dort für einen großen Publisher arbeiten Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon schon verraten soll und es wird dann auch irgendwo Nicht im Rahmen mit dem Publisher, aber vermutlich extern die Möglichkeit geben, mich zu treffen Und zwar hat die Jungs, die die T-Shirts drücken, die werden da vermutlich einen Stand haben Und da wird es dann irgendwie eine Stunde lang so ein Treffen geben oder irgendwie sowas So war das auf jeden Fall angeplant Wenn das ein bisschen näher rückt, also mal noch vier, sechs Wochen weiter ist Dann gebe ich da genaue Infos zu raus Das werdet ihr auf keinen Fall verpassen Der Sebastian Grimmer fragt, welche Streaming-Dienste ich alles nutze Und ich benutze in der Tat Amazon Prime Und dann benutze ich noch über eine Freundin, die mir einen Freundes-Account eingerichtet hat Hallo Katrin, Dankeschön dafür Benutze ich dann auch noch Netflix Netflix finde ich auch super cool Habe ich gerade Daredevil in 4K geguckt, weil ich einen neuen 4K-Fernseher im Schlafzimmer habe Oh Gott, wie traurig ist das denn Finde ich beides richtig gut Ich werde auch mal einen Sonder-Vlog über Serien machen, habe ich mir gedacht Weil Serien ist schon irgendwie... Wow Der Baines fragt dann auch nochmal, ob es zu einem kleinen gemütlichen Abo-Treffen in nächster Zeit kommen könnte Und mal abseits von der Gamescom, können wir das gerne nochmal am Campnader See machen Und ich wäre ja für Longboard-Fahren oder für Inline-Skaten Oder auch für Fahrradfahren Aber ich glaube Fahrradfahren ist irgendwie so schnell Also Inline-Skaten und Longboard ist ja eher so gemütlich Dann könnte man da irgendwie mal eine Runde rumfahren Da hat man so eine Stunde zu tun Und dann setzt man sich noch eine Stunde da am Platz hin Und frisst halt Pommes und trinkt ein Bier und irgendwie so Das fände ich schon ganz okay Muss das Wetter halt so passen Das Schwierige an solchen Aktionen ist, dass das ganz viele gerne machen wollen Und dann kündigst du sowas an Und dann regnet es an dem Tag Oder die Leute sagen, ey, das ist mir zu weit weg Aber irgendwie sowas, ja, können wir gerne nochmal machen Auf jeden Fall, wenn die Sonne scheint Und Gohin schreibt Über welche News zu Witcher 3 hast du dich bisher am meisten gefreut? Und das könnte ich gar nicht sagen Ich kann sagen, dass ich gestern eine E-Mail von CD Projekt bekommen habe Da geht es um die Ausrollung der PC-Keys für Presse und, was weiß ich, YouTuber oder wichtige Leute oder wie auch immer Und da bin ich halt in der First Wave mit dabei Das bedeutet, ich bin halt einer der ersten, die das Spiel am PC spielen können Und da freue ich mich sehr drüber Das ist jetzt vielleicht keine News gewesen Das ist aber eine aktuelle E-Mail, die ich gestern bekommen habe Und da habe ich mich extrem drüber gefreut Yeah Parkourjumper1 fragt Sirius, machst du auch immer ein Trainingsvideo von deinem Training? Und ich denke, er bezieht sich darauf, dass ich schon mal in einem Fitnessstudio trainieren gehe Und da bin ich echt, echt zwiegespalten Und zwar zum einen hatte ich schon mal vor, mit dem Raphael von in Fitness TV So ein Video aufzunehmen Da wollten wir mal ein Laufvideo machen Wir wollten mal in einem Fitnessstudio trainieren gehen Und da so ein, zwei Vlogs zu schneiden und sowas Und Raphael ist mega breit Er trainiert immer mal mit Schweigen Uwe und solchen Geschichten Und ich glaube, da gehe ich ziemlich beiunter Ich erfülle ja nicht gerade das klassische Fitnessstudio-Bodybuilding-Klischee, denke ich mal Dafür bin ich dann einfach nicht breit genug Und dafür sind dann doch die Arme und die Schultern zu dünnen Ich mache halt ganz gerne Sport Gehe auch wirklich ganz gerne ins Fitnessstudio Ich mag bloß nicht dieses Pumper-Klischee Ja, weil das ist dann auf YouTube dann doch so sehr damit behaftet Dass die Leute einfach nichts anderes im Leben zu tun haben, als ihre Muskeln zu stehlen Und ich denke immer so Geist geht vor Bizep Merlin Abescha fragt Kannst du mal eine Roomtour machen? Es ist eine neue Roomtour geplant vom Gamingzimmer auf jeden Fall Weil sich da zwei der Sachen geändert haben Das konnte man letztens auch schon mal im Video sehen Wie ich die zweite Grafikkarte eingebaut habe Den zweiten Monitor hingestellt habe Und so Und ich bekomme jetzt auch nochmal einen neuen Laptop Und das alles ist ja irgendwie miteinander verknüpft Und das werde ich halt auch nochmal zeigen Aktuell stehen jetzt drei Monitore Zwei Konsolen und so weiter Aber so Was ich zum Beispiel nicht so cool finde Ist so eine Roomtour à la Dagi Bee Wobei ich das jetzt gar nicht haten will oder so Aber wenn jetzt so jemand zeigen muss Dass in dem Schlafzimmerschrank irgendwie die Schlüppis drin sind Und in dem Schrank die Socken liegen und so Das finde ich persönlich total blöd Und das ist halt Hat halt A nichts mehr mit Gaming zu tun Und hat halt auch B Überhaupt kein Informations- oder Infotainment-Charakter mehr Das ist einfach nur noch Schaulost und begaffen Und seine komplette Privatatmosphäre feil geben Das finde ich irgendwie nicht so cool Marvin1996 fragt Hast du in den letzten Wochen ein gutes Buch gelesen Oder eine Serie gesehen? Und da war ich jetzt nicht vorbereitet drauf Aber als letztes Buch habe ich gelesen Das war glaube ich vor zwei Wochen Das war mein erstes Karen Slaughter Buch Und das hieß Harter Schnitt Das hat mir sehr gut gefallen Ist ein Thriller Und fand ich extrem spannend Habe ich an zwei Tagen durchgelesen Teilweise am Balkon, teilweise im Bett Sehr gutes Buch Hat mir extrem sehr gut gefallen Vielleicht sollte ich auch mal ein Hallo-Handy Vielleicht sollte ich auch mal Bücher-Vlogs machen Und dann habe ich jetzt noch von einer Freundin geliehen bekommen Charlotte Link Im Tal des Fuchses Sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Mädchenbuch Habe ich gesehen Hab das auch schon mal so an der Tankstelle liegen gesehen Weil das einfach Einmal ist es eine Autorin Und dann ist vorne irgendwie so Heidekraut drauf Und hat so lila Töne und so Geht aber irgendwie darum Dass ein Typ eine Frau entführt Und die eine Kiste sperrt Und die irgendwie an einen verlassenen Ort schleppt Und dann taucht dieser Typ nie wieder auf Weil dem irgendwas passiert ist Und diese Frau ist halt irgendwie Entführt Gefangen in einem Sarg Oder so Irgendwo in der Höhle Oder sowas Habe ich bisher nur die ersten paar Seiten von gelesen Werde ich aber jetzt die Tage meiner Sonne lesen Ich hoffe das ist cool Das Karen Slaughter Buch ist aber auf jeden Fall top So now Und jetzt Spätestens jetzt Also wenn ihr bisher noch keinen Daumen hoch gedrückt habt Für dieses Video Was ich im Übrigen dann überhaupt nicht verstehen kann Dann bitte spätestens jetzt Weil der Hund sich extra dazu ab bemüht hat Jetzt geht's ja schon wieder Weil der Hund sich extra vor die Kamera bemüht hat Danke dafür Boah der Cooper Gommes Der hat drei Daumen hoch für seine Frage bekommen Das ist glaube ich Rekord hier Ich weiß es nicht Sirius Wie sah eigentlich deine Schulzeit aus? Warst du eher der Streber oder eher der Klassenclown? Boah schwierig zu beantworten Also ich glaube so in der fünften, sechsten Klasse Kam ich irgendwie nicht so gut mit der Schule klar Da habe ich ziemlich einen Streit mit Französisch gehabt Das war irgendwie ein Fach Da konnte ich irgendwie Tisch von Bleistift wirklich nicht unterscheiden Und ich habe keine Ahnung War glaube ich jemals meine einzigste Fünf Auf dem Zeugnis muss ich gestehen Und dann hat mich Schule auch so ein bisschen gelangweilt Muss ich sagen Und dann hat sich das aber so Zum Ende der Schuljahre dann hin Dann doch relativ gesteigert Ich habe wirklich, ich war so ein Typ Der hat so die Tage runtergezählt Wann die Schule vorbei war Weil ich mag es nicht mir was sagen zu lassen Also dass Lehrer vorne stehen und mich belehren wollen und so Und Schule vor 20 Jahren war glaube ich auch nochmal anders als heute Schule ist Aber im Endeffekt habe ich halt Ich sage jetzt mal so pauschal ein sehr gutes Zeugnis Mit vielen Einsen und Zweien gehabt Als ich abgegangen bin Weil ich einfach das letzte Jahr nochmal Gas gegeben habe Und ein gutes Zeugnis haben wollte Einen guten Abschluss haben wollte und solche Geschichten Ob das dann im Endeffekt fürs Leben wichtig ist Man lernt doch sehr für die Schule Aber es geht nun mal halt nichts über Noten Wenn es darum geht irgendwie einen Ausbildungsplatz zu bekommen Zu studieren Irgendwie weiterzukommen und dem Leben Und daher muss man dann irgendwann mal so Seinen Arsch dann auch zusammenkneifen Und selbst wenn man die Lehrer nicht mag Und sagt fuck off Lehrer Natürlich sind jetzt nicht alle Lehrer gemeint Ich kenne auch wunderbar hübsche Lehrerinnen Die auch diesen Kanal gucken muss ich sagen Hallo an der Stelle Aber egal ob man Lehrer nicht mag Oder so Man muss sich halt für sich selber mal zusammenreißen Und wenn es halt nur in den letzten ein, zwei Jahren ist Und dann hoffentlich nicht so viel verpasst hat Also ich war weder Clown noch Streber Sondern ich habe mich irgendwo so in der Mitte bewegt Und am Ende dann halt einfach gedacht Gib nochmal Gas Damit diese Jahre nicht irgendwie verschenkt waren So meine lieben Freunde Ich sehe gerade der Akku blinkt Und ich würde sagen Ich verabschiede mich lieber noch schnell Ich sage recht herzlichen Dank fürs Zuschauen War ein bisschen kurze spontane Folge So für zwischendurch am Wochenende Ich werde das Format aber weiterführen Die Fragen auch noch weiter aufgreifen Die unter dem alten Video standen Wenn ihr jetzt aber schon neu posten wollt Könnt ihr das gerne machen Ich sage danke fürs Zuschauen Und ja ich bin 43 Entschuldigung dafür Bis zum nächsten Mal Und haut rein